Fliegen ist die Antwort auf die Verkehrsprobleme der Zukunft. Das versprechen uns Start-ups wie Volocopter oder Lilium, aber auch Luftfahrtriesen wie Airbus und Boeing basteln an Flugtaxis. Autonom und elektrisch sollen sie fliegen, deshalb umweltfreundlich, billig und sparsam wie eine Fahrt im Auto. Das klingt zu schön, um wahr zu sein. In der verstopftesten Stadt der Welt, Bogotá, hat der durchschnittliche Autofahrer im Jahr 2018 272 Stunden im Stau gestanden. Die Weltbevölkerung wächst und mit ihr die Megacities. Die Infrastruktur kann da kaum mithalten. Für die Wirtschaft ist verlorene Produktivität durch Stau eine echte Wachstumsbremse. Andererseits wächst in Entwicklungsländern mit dem Wohlstand auch der Wunsch nach motorisierter Mobilität. Mehr Autos mit Verbrennungsmotoren sorgen für dicke Luft und belasten das Klima. Da liegt die Antwort scheinbar auf der Hand. Keine Emissionen, keine aufwendige Infrastruktur und praktisch unbegrenzter Raum für mehr Verkehr. Wir brauchen das elektrische, senkrecht startende Flugtaxi. Klar, dass auf diesen naheliegenden Gedanken nicht nur ein heller Kopf kommt. Das spezialisierte Blog EVTOL News listet mehr als 150 Entwicklungsprojekte auf, die mit dem Thema zu tun haben. Doch dabei längst nicht nur neueste Spitzentechnik, sondern auch ein paar richtig olle Kamellen. Der Traum vom Fliegen ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit. Der Traum vom fliegenden Auto ist wahrscheinlich so alt wie der Stau. Die Visionäre der Branche zitieren gerne Henry Ford, der schon 1940 gesagt haben soll, merken Sie sich meine Worte, eine Kombination aus Flugzeug und Motorwagen wird kommen. Sie lachen vielleicht, aber sie wird kommen. Und hier ist noch einer dieser Visionäre. Paul Moller versucht seit mehr als 50 Jahren ein fliegendes Auto zu bauen. 2003 hebt sein Skycar für ein paar Sekunden vom Boden ab. Mollers Konzept, vier Wankelmotoren treiben vier Propeller an, die in der Luft geschwenkt werden und so für Auf- und Vortrieb sorgen. Die Entwicklung hat Unsummen an Investorengeldern verschlungen. Und Moller nahm sogar schon Vorbestellungen an. Stückpreis eine Million Dollar. Im Jahr 2019 wirbt Mollers Firma immer noch mit Computeranimationen von fliegenden Autos. Doch mehr als knapp über dem Boden zu schweben, hat keines je hinbekommen. Für die anderen Flugautos und Passagierdrohnen, die heute in der Entwicklung sind, muss das erstmal nichts heißen. Denn es gibt durchaus einige technische Fortschritte zu verzeichnen, die die alten Regeln ein wenig verändern. Elektromotoren haben ein geringeres Leistungsgewicht als Verbrenner. Und sie lassen sich wesentlich leichter skalieren, also kleiner oder größer bauen. Bei einem Elektroantrieb ist es praktisch egal, ob ein großer oder viele kleine Motoren verbaut sind. Beim Volocopter aus dem badischen Bruchsal sind es 18 Stück. Weil sie so leicht sind, können die Motoren am Flugzeug da platziert werden, wo sie für den Antrieb am effizientesten sind. Zum Beispiel am Ende der Tragflächen. Mehrere kleine elektrisch angetriebene Rotoren sind auch deutlich leiser als ein klassischer Hubschrauber. Das hat mehrere Gründe. Beim Hubschrauber lärmen der Motor, der Hauptrotor und der Heckrotor zugleich und in jeweils unterschiedlichen und zum Teil tiefen Frequenzen. Multikopter hingegen erzeugen Lärm nur in hohen Frequenzen, die sich in der Luft weniger weit ausbreiten als Tiefe. Ein Elektromotor selbst erzeugt fast gar kein Geräusch. Er stößt außerdem, zumindest lokal, kein klimaschädliches CO2 aus. Um das Klima noch zu retten, muss die Energieerzeugung der Welt sowieso in wenigen Jahrzehnten auf Erneuerbare umgestellt sein. Weil die Stromerzeugung aus Wind und Sonne wetterbedingt stark schwankt, müssen Überkapazitäten aufgebaut werden. Strom stünde zumindest zeitweise im Überfluss zur Verfügung, um mit ihm die Akkus der Flugtaxis von morgen zu füllen. Damit man aber Flugzeuge elektrisch antreiben kann, braucht man entsprechend leistungsfähige Batterien. Die Umstellung auf Lithium-Ionen-Technik hat die Energiedichte von Akkus ungefähr verdoppelt, auf aktuell bis zu 250 Wattstunden pro Kilogramm. Das reicht, um Multicopter mit einem oder zwei Menschen an Bord abheben zu lassen. Uber hat seine Pläne für die fliegende Mobilität schon 2016 detailliert ausgearbeitet. Dabei will der Fahrdienstvermittler selbst gar kein Fluggerät entwickeln, sondern sieht sich wie auch am Boden in der Rolle des Vermittlers. Entsprechend führt Uber auch hauptsächlich Ideen und Konzepte von anderen zusammen. Von der NASA beispielsweise stammt die Idee, die Startplätze in Autobahnauffahrten unterzubringen. Auf Gewässern könnten schwimmende Landungsbrücken genutzt werden und auch die Dächer von Parkhäusern böten sich an. Per Flugtaxi könnte demnach ein Pendler vom Stadtteil Marina in San Francisco die 70 Kilometer nach Downtown San Jose in 15 Minuten zurücklegen. Kosten soll der Flug zunächst 129 Dollar, in der erträumten Zukunft aber nur noch 20 Dollar. Der Weg zu diesem Spottpreis ist allerdings ganz schön weit, wie Uber selbst zugibt. Denn dafür muss Technik erfunden werden, die es heute noch nicht gibt. Und dafür müssen Dinge erlaubt sein, die heute verboten sind. Und, vielleicht das Schwierigste, dafür müssen Menschen ihr Verhalten ändern. Tritt auch nur eine Annahme nicht ein, fällt das Kartenhaus in sich zusammen. Die Batterie ist die Achillesferse des elektrischen Fliegens. Batterien haben gegenüber Treibstoffen nämlich eine Reihe von Nachteilen. Bezogen auf das Gewicht speichert beispielsweise Kerosin etwa 14 Mal so viel nutzbare Energie. Treibstoff wird zudem während des Fluges verbraucht. Das Flugzeug wird immer leichter, der Verbrauch sinkt. Akkus sind nicht nur von Haus aus schwerer als Tanks. Sie bleiben es auch vom Start bis zur Landung. Beim Elektroauto fällt das Gewicht kaum ins Gewicht. Was beim Beschleunigen oder Bergauffahren mehr verbraucht wird, kommt beim Bremsen und Bergab zumindest zum Teil wieder rein. Ein Fluggerät dagegen verbraucht auch beim Sinkflug weiter Energie. Und zwar umso mehr, je mehr Last es mit sich herumschleppt. Zugleich geben leere Akkus aber auch nicht mehr so viel Leistung ab wie volle. Um bei einem Notfall kurz vor der Landung nochmal durchstarten zu können, muss deshalb eine größere Reserve eingeplant werden. Zudem erhitzen sich Akkus stark, wenn sie stark belastet werden. Bei Flügen über Städten müssten die Flugtaxis aber sehr schnell auf- und absteigen, um die Lärmbelastung zu begrenzen. Die Kühlungsprobleme in solchen Fluglagen mit hoher Last sind noch nicht gelöst. Was heute geht, zeigt die chinesische Passagierdrohne Yiheng 184. Die hat zwei Sitze, aber eine maximale Traglast von 100 Kilogramm. In der Regel dürfte also nur ein Passagier an Bord sein. Ein Pilot ist nach Meinung des Herstellers nicht nötig. Stattdessen fliegt die Drohne vorab per GPS abgesteckte Routen ab. Die Akkus reichen für 25 Minuten Flug. In dieser Zeit kommt die Drohne nach Herstellerangaben gut 15 Kilometer weit. Das ist selbst für ein innerstädtisches Taxi äußerst knapp bemessen. Das hielt den Hersteller aber nicht davon ab, schon für das Jahr 2017 einen Flugtaxidienst in der Wüstenmetropole Dubai anzukündigen. Also volle Kraft voraus für den autonomen Flug zum Shoppen in die Stadt? Nicht ganz. Es hat seine Gründe, dass es in Dubai auch 2019 immer noch keinen Flugtaxidienst gibt, sei es von Yiheng oder von sonst wem. Einer davon sind die Sicherheitsrisiken. An die denken wir nicht, wenn wir in den Ferienflieger steigen, denn beim herkömmlichen Luftverkehr mit großen Jets wird erheblicher Aufwand betrieben, um die Gefahren zu minimieren. Um Kollisionen zu vermeiden, gibt es ein ausgeklügeltes System mit festgelegten Flughöhen und Einflugschneisen, überwacht von menschlichen Fluglotsen am Boden. Die Maschinen sind einem strengen Wartungsrhythmus unterworfen, um technisches Versagen so weit wie möglich zu verhindern. Von den Flugtaxi-Startups findet man keine schicke Computeranimation von den riesigen Wartungshangars der Zukunft, wo die tausenden Drohnen regelmäßig durchgecheckt werden müssten. Zwar steuert die längste Zeit der Autopilot, doch bisher halten sämtliche Luftsicherheitsbehörden der Welt es für nötig, dass zwei Menschen im Cockpit sitzen, die das Ruder im Notfall übernehmen könnten. Denn die Folgen eines Flugzeugabsturzes sind nicht nur für die Insassen meistens verheerend, sondern auch für die Menschen am Boden. Für Flugtaxis, die zu tausenden über dicht besiedelten Städten herumschwirren sollen, gilt das erst recht. Die Entwickler zukünftiger Flugtaxis drängen stark darauf, die Sicherheitsregeln, Zulassungsbestimmungen und die Luftverkehrsordnung für unsere Städte möglichst schon jetzt zu entwerfen. Dabei ist vieles noch völlig unklar. Schon die Bauformen der derzeitigen Flugtaxi-Kandidaten unterscheiden sich stark. Gleiches dürfte für die Flugleistungen gelten, also etwa die maximale Steig- oder Sinkgeschwindigkeit, die Reisegeschwindigkeit, eventuelle Segelflugfähigkeiten oder die Reichweite. Verschiedene Flugzeugkonzepte sind zudem unterschiedlich wartungsaufwendig und im Falle einer Fehlfunktion unterschiedlich sicher. Sollen die Planer von einigen Dutzend oder einigen Tausend Verkehrsteilnehmern ausgehen? Und wie viele davon sind potenziell unberechenbare menschliche Piloten, die unaufmerksam sein könnten, müde, krank oder Selbstmörder? Den Menschen ganz vom Steuerknüppel zu verbannen geht sowieso nicht. Rettungshubschrauber, die Polizei oder auch Freizeitflieger werden auch in Zukunft mit menschlichen Piloten unterwegs sein. Das erhöht die Anforderungen an Autopilotensysteme, für die ihrerseits bisher auch nur die Vorstellung eines Zulassungsverfahrens fehlt. Funktionierende Regeln wären aber vom Start weg nötig, wenn das Flugtaxi-Geschäft schnell abheben soll. Ansonsten wären die Nachrichtensendungen schnell voll von erschreckenden Flugtaxi-Unfällen mit Toten und Verletzten. Das dürfte die Nachfrage nach diesen Verkehrsmitteln deutlich dämpfen. Flugtaxi-Startups, aber auch die Luftfahrtriesen Airbus und Boeing gehen ohnehin davon aus, dass ihre elektrischen Fluggeräte zunächst für längere Zeit von einem Piloten gesteuert werden. Das aber verteuert die Reise doppelt. Denn nicht nur muss der Pilot selbst ausgebildet und bezahlt werden, er nimmt auch noch einem Passagier den Platz weg. Damit das Flugtaxi einen Massenmarkt erobert, muss es billig werden. Die Uber-Vorhersage von 20 Dollar für einen 70-Kilometer-Flug basiert auf einer Reihe von Annahmen, die über die technische Machbarkeit hinausgehen. Heutige Autofahrer müssten sich vom Individualverkehr verabschieden. Ein fahrendes Auto transportiert im Durchschnitt rund 1,5 Personen. Zukünftige Flugtaxis werden wahrscheinlich eine vergleichbare Transportkapazität haben. Uber geht von vier Personen aus. Damit sich das Fliegen rechnet, müssen alle Plätze besetzt sein. Das schließt ein Modell wie beim Busverkehr aus, sondern erfordert, dass so gut wie alle Flüge spontan am tatsächlichen Bedarf ausgerichtet werden. Der innerstädtische Flugverkehr wird also eher situationsbedingten Fahrgemeinschaften ähneln. Auf der Straße heißt dieses Konzept Ridesharing oder Ridepooling. Letzteres wird von Anbietern wie Clevershuttle oder der VW-Tochter Moja auch in Deutschland in Pilotversuchen getestet. Doch dem gehypten Konzept hat in der Stadt längst das Carsharing den Rang abgelaufen. Bei dem das Auto zwar von vielen Menschen genutzt wird, aber eher nicht gleichzeitig, sondern abwechselnd. Über Land bieten sich Bahnen und Fernbusse an. Die rechnen sich auch, wenn sie nicht voll besetzt sind. Auch hier ist der Marktanteil von Ridesharing-Anbietern wie Blablakar am Gesamtverkehr mikroskopisch. Flugtaxis sind aber noch aus einem anderen Grund auf Nachfrage angewiesen. Heutige Fluggeräte vom Hubschrauber bis zum Jumbo sind auch deswegen so teuer, weil sie in vergleichsweise geringer Stückzahl hergestellt werden. Uber rechnet damit, dass die Herstellungskosten eines Flugtaxis langfristig auf 200.000 Dollar sinken können, wenn nur die Stückzahl wächst. Eine stärker automatisierte Produktion spart vor allem Arbeitskosten. Die Batterien werden dadurch eher teurer. Schon die Elektrifizierung des Autoverkehrs wird Unmengen an knappen Rohstoffen verschlingen. Und nebenbei elektrifizieren wir gerade auch alles andere, was rollt. Vom Fahrrad bis zum Tretroller. Flugtaxis sind von ihrer Passagierkapazität, ihrer Reichweite und ihrem vorgesehenen Einsatzzweck sehr gut mit Autos zu vergleichen. Genau das hat eine in der Zeitschrift Nature Communications veröffentlichte Studie erstmals getan. Die Forscher, die übrigens mehrheitlich beim Autobauer Ford angestellt sind, wir erinnern uns, das war der mit den Flugautos, treffen dabei einige Annahmen, die den Flugtaxis weit entgegenkommen. So gehen sie bei ihrem Vergleich von heutigen Benzin- oder Elektroautos aus, die, wie schon erwähnt, im Schnitt 1,5 Personen befördern. Verglichen werden die aber mit zukünftigen Flugtaxis, die mit ihren Zukunftsbatterien 100 oder sogar 200 Kilometer zurücklegen könnten. Außerdem rechnen sie damit, dass die Flugtaxis vom Start weg, mit Pilot und drei Passagieren voll besetzt unterwegs sind. Das ist das am Boden weitgehend bedeutungslose Modell Ridesharing. Doch selbst unter diesen Bedingungen kommen sie zu dem Schluss, dass Flugtaxis in Zukunft höchstens eine Nischenrolle im Verkehr zukommt. Das liegt daran, dass der Energieverbrauch für Start-, Schwebeflug und Landung bei kurzen Flugdistanzen massiv ins Gewicht fällt. Und noch geht der Energieverbrauch auch mit CO2-Ausstoß einher. Diese Grafik vergleicht die CO2-Bilanz von Flugtaxis, Verbrenner und Elektroautos im Verhältnis zur Wegstrecke, ohne Rücksicht auf die Passagierzahl beim heutigen Strommix. Und siehe da, bis ungefähr 35 Kilometer ist das Flugtaxi die Umweltsau unter den dreien. Die Passagierdrohne von Ihang ist mit ihrer Reichweite von 15 Kilometern ein krasser Energieverschwender. Erst wenn die Batterieladung für längere Flüge reichen würde, überholte das Flugtaxi zumindest ein herkömmliches Auto. Die Energieeffizienz eines Elektroautos erreicht es aber nie. Um seine Existenz doch noch rechtfertigen zu können, muss das Flugtaxi voll besetzt gegen ein halbleeres Auto antreten. Nur, wenn drei Passagiere an Bord sind, schlägt das Flugtaxi auf einem 100-Kilometer-Flug denkbar knapp das Elektroauto. Um einen deutlichen Vorteil herauszuholen, müsste das Flugtaxi sogar noch weiter fliegen. Der tägliche Weg zur Arbeit fällt damit aber für Normalbürger als vernünftiges Einsatzszenario für die Passagierdrohnen aus. Weniger als 5 Prozent der deutschen Beschäftigten pendeln überhaupt weiter als 50 Kilometer. Zum Massenmarkt wird das elektrische Fliegen so nicht. Und selbst wenn eines Tages sämtlicher Strom komplett CO2-frei aus Wind und Sonne erzeugt wird, er wird auch dann nicht ohne Kosten und nicht völlig unbegrenzt zu haben sein. Windräder, Solar- oder Wasserkraftwerke bedeuten immer einen Eingriff in die Natur, mit Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und nicht zuletzt die Menschen in ihrer Umgebung. Energie zu sparen ist deshalb auch in Zukunft der Königsweg. Mit Flugtaxis geht das zumindest auf Kurzstrecken nicht. Denkbar ist es schon, dass sich elektrische Senkrechtstarter einige Einsatzgebiete erobern. Als Polizei- und Rettungsflugzeuge zum Beispiel. Aber auch als Flugtaxis für längere Distanzen, vielleicht als Flughafenzubringer. Aber weil der Massenmarkt fehlt, wird es wohl nicht billig werden, mit ihnen zu fliegen. Jenseits von Laufweite werden die allermeisten von uns auch in Zukunft fahren. Und die Umwelt wird es uns danken. Jenseits von Laufweite